Wir haben unsere Community gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Wir haben jetzt ein paar Fragen vorbereitet und auf die Fragen gehen wir jetzt mal so ein bisschen ein. So, Frage Nummer 1. Was machst du beruflich und was machen die Hunde in der Zeit, wo du arbeitest? Beruflich bin ich Architekt, Bauleiter bin es gewesen, vor drei Wochen, da habe ich ja gekündigt. Und was die Hunde in der Zeit machen, zu Hause sein. Sie haben halt, wie gesagt, diese Indoor-Kisten, wo sie dann verweilen, vielleicht für den einen oder anderen auch rum. Noch eins gefunden. Wir haben die gerade versteckt, beziehungsweise eins weggemacht, aber sie hat jetzt irgendwo, ja, ist okay, ihr solltet Spaß haben. Also Leute, nicht wundern, wenn Athena ab und zu mal herkommt, sie spielt halt eben sehr gerne. Was machen dann die Hunde, während du auf der Arbeit warst? Weil aktuell bist du ja jetzt viel mit den Hunden zusammen. Genau, Athena habe ich mit zur Arbeit genommen und sie durfte mit zur Arbeit, das war dank meines Arbeitgebers so abgemacht. Aris ist in der Zeit zu Hause geblieben, hat sich da rumgetobt und gewartet dann, bis wir zu Hause auch angekommen sind. Und danach hat man sofort Spielspaßfreude, zwei Stunden abarbeiten, tatsächlich mit Arbeiten, mit Training, mit denen auch Hund sein lassen. Und Abendbrot und noch einmal die letzte, sag ich mal, Pipi-Katty-Runde, so derjenige ist halt noch mal voll schlafen. Und wie sieht es dann aus, wann, zu welchen Zeiten macht ihr dann eure gemeinsame Instagram-Arbeit? Das ist, ja, eigentlich meistens morgens, tatsächlich ist es gegolten im Wetter, also sprich in der Sonne. Da kommen halt die besten, sag ich mal, für unsere Verhältnisse oder für unseren Stil, die besten Lichtverhältnisse. Genau, das wird man meistens morgens, meistens am Wochenende oder halt zwischendurch, wenn es halt gutes Wetter ist. Weil wir haben keinen Indoor-Bereich, für das, was wir jetzt tatsächlich langsam brauchen. Wir haben auch keinen Hundeplatz, was wir tatsächlich alles haben. Du hast was Neues gefunden? Ja, ich habe gefunden. Oh. Die haben wir vorhin extra weggemacht. Okay, nicht mal die sicher weggemacht. Ja. So, dann die nächste Frage. Wann hast du deine ersten Erfahrungen mit deinem Hund gemacht oder allgemein mit Hund? Meine allererste Erfahrung allgemein mit Hund in der ganzen Familie mit einem Pipopo war tatsächlich mit Arzt vor fünf Jahren. Bachhunde. Genau. Die erste Erfahrung mit deinem Hund oder allgemein mit Hund? Ja, das war tatsächlich vor fünf Jahren, als wir Ares geholt haben. Davor keine Hunde, nicht in der Familie, nicht Opa, nicht Oma, nicht Cousin oder Cousin. Das waren auch deine ersten Berührungen allgemein? Tatsächlich, ja. Also, klar, Freunde hatten mal einen Hund, man hat immer gestreichelt und du sagst, das war's. Also, wirklich, wo du auch eine Verantwortung übernimmst und auch was tust und machst, war tatsächlich mit Ares. Und das war aber, glaube ich, auch die Stärke in dem waghalsigen Projekt, dass ich keine Referenzen hatte. Aber, um sowas halt tatsächlich durchzuziehen, sag ich auch aus schließlich den Leuten, muss man, sag ich mal, im positiven Sinne verrückt genug sein und diese Passion haben oder diese knallharten Ziele haben, auch was zu schaffen. Und viel Opfer, viel Opfer. Wie bist du dann als Ersthund mit Ares auf einen Mali gekommen? Wie bist du auf diese Rasse gekommen und warum hast du dich dafür entschieden? Also, wie gesagt, das ging tatsächlich strukturiert und zielstrebig auf die Rasse hinaus. Ich kannte die Rasse Mali-Moi jetzt an sich gar nicht. Ich hab geguckt nach dem Hund, was, sag ich mal, im Lifestyle die Interessen von mir widerspiegelt, wo ich sage, okay, mit dem Hund wird es mir nicht langweilig. Mit dem Hund, jetzt sage ich es mit Vorbehalt, werde ich nicht überfordert. Bei Ares ist es falsch jetzt, weil mit Ares ist man überfordert. Aber damals hast du es... Genau, aber wie gesagt, in einem positiven Sinne. Also, ich war jetzt nicht überrascht, überfordert. Ich war... Du wusstest, was auf dich zukommt. Definitiv war ich immer wieder an meinen Limits. Aber ich war nicht negativ überfordert, wo ich sage, ich gebe Hund ab oder ich springe vom Hochhaus. Okay. Und genau, da habe ich halt nach der Rasse gesucht. Tatsächlich gab es dann halt den tschechisch-sowakaischen Wolfshund und der Mali-Moi sind halt dann bei mir als Ergebnis rausgekommen, für mich persönlich. Klar, es sind zwei unterschiedliche Rassen mit zwei unterschiedlichen Arten und Wesen. Aber dann habe ich mich doch für den Mali-Moi entschieden, weil das Tun dann im Vordergrund war. Und egal, wie wunderschön der Wolfshund ist... Es sind zwei komplett unterschiedliche Wesen einfach. Aber ich finde, das ist einfach Wahnsinn, dass du halt tatsächlich so dieses wölfisches Aussehen, das ist halt schon faszinierend. Aber mir ging es tatsächlich darum, einen Hund zu haben, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich Spaß habe, mit dem ich zionieren kann, mit dem ich verrückte Sachen tatsächlich, wie man sieht, Hubschrauber fliegen, abseilen vom Hochhaus. Und da haben die Leute gesagt, Junge, dort ist nie ein Hund. Du wirst ja mal nur, du bist schon bescheuert genug. Und jetzt sagst du noch, ich habe ja damals gesagt vor vier Jahren, ich will mich mit einem Hund abseilen von einem Gebäude oder aus einem... Also du hast schon genaue Vorstellungen gehabt, in welche Richtung es gehen soll. Also unabhängig jetzt von Instagram. Nein, nein, Instagram ist wirklich nur so ein kleiner Überraschungseffekt gewesen. Das war gar nicht geplant, Instagram. Das war einfach nur, wie gesagt, das war schon drei Jahre alt. Das heißt, wir haben ja schon drei Jahre was getan. Und Instagram war nur so, okay, wir machen das. Hat sich schon ergeben. Genau. Und das war halt schon der Wahnsinn. Also ich hatte schon bestimmte Vorstellungen, was ich mit dem Hund machen will. Und die ganze Inspiration und Motivation ist tatsächlich von diesen ganzen Spezialeinheiten, diese Keline-Units, wo ich sage, Alter, da hat man schon hoch aufgesehen und gesagt, das ist mega. Und es ging halt tatsächlich nicht darum, wie gut der Hund im Nachhinein hört, ob er Sitz macht, ob er beißt oder nicht beißt, ob er loslässt. Es ging tatsächlich um dieses Vertrauen und das Zusammenarbeit, was sie erleben, was sie tun, wozu man, sage ich mal, einen Hund bringen kann, das ist im positiven Sinne, eben weiter sein Herrchen vertraut, was du durchlebt. Und das fand ich halt klasse. So wie so ein tatsächlich, ja, sag ich mal, Sohn, halt Buddy, der einfach da ist, aber auf vier Pfoten. Und das war nicht faszinierend. Und deswegen habe ich gesagt, alles klar, ich will auch einen Hund. Ich will mich mit ihm von der Hochhaus absagen. Ob es funktioniert oder nicht oder vielleicht wäre ich ein Fettnäpfchen getreten. Alles hätte sein können. Aber er hat genug Vertrauen, um das alles mitmachen zu können. Ja, wir haben ja ein bisschen, ja, ein paar Sachen ausfallen müssen. Ein paar Gespräche am Tisch für und durch. Wir sind dabei im Nachhinein, hat es doch nicht geklappt. Und warst du dann auch mit ihm in der Hundeschule? Ja, also ich war, ich sage mal so, ich war mit ihm in, natürlich, erster Hund, wie gesagt, null Erfahrung und nichts. Wir waren mit ihm in Welpenstunde. Ich glaube, dreimal. Danach wurden wir gebeten, zu gehen, weil der Mali nur halt anders spielt. War jetzt für mich nicht großartig schlimm, weil ich eine andere Vorstellung vom Training hatte. Und mir ging es nicht darum, dass ich meinen Hund jetzt spielen lassen tue oder andere Welt. Wobei das ja Sozialisierung ist. Das ist ja alles gut. Danach waren wir in den Schäferhundvereinen. Also ich sage mal so, keine Hundeschule, sondern einen Verein. Auch in drei Stück insgesamt. Und ja, wir haben uns verabschiedet von den dreien und haben gesagt, wir gehen andere Wege. Das war, glaube ich, ein Jahr haben wir versucht. Und das war nicht unser. Wir haben uns halt nicht ganz so gut ergänzt. Tatsächlich immer so, wie es eigentlich im Hundesportlichen vielleicht auch sehr perfekt wäre. Nur war das nicht unsere Ambitionen, das zu tun. Ja, und da haben wir uns halt verlassen. Und also dem machen wir das alleine. Tatsächlich öffentlich verraten, auf Straßen, in Gärten von Freunden. Versuchen wir unser bestes im Hund zu bauen und alles. Das heißt, aktiv habt ihr euch dann in diesen Hundesportverein im Hundesport angetastet? Wir haben es versucht, genau. Weil das wäre jetzt schon die nächste Frage gewesen, ob du Hundesport gemacht hast? Ja, also wir haben keine Turniere. Wir haben keine Prüfungen von Sportlichen her aus. Wir haben da gar nichts gemacht, außer mal Fußlaufen getan, auf dem Feld, auf Wiesen trainiert. Einmal in der Woche und das vielleicht für Monate. Okay, das heißt, diese typischen Kuren, das, was man halt immer einstudiert. Genau, kennengelernt und mal geschaut und beißen lassen. Und man sieht jetzt in deinen Fotos, in deinen Videos, dass du ja ziemlich viel mit dem Hund machst. Und das geht ja auch schon in Richtung Militär. Jetzt sind jetzt gleich zwei Fragen. Aber erst mal, bist du Berufssoldat oder bist du Soldat? Was genau steckt dahinter mit diesem Erscheinungsbild Soldat? Schon mal, bist du Beruf. Och da, ist er. Hier auch schon seit zwei Tagen verloren. Vielen Dank.